Hallo liebe Läuferinnen! Mit dem Wave Evo Levitas stößt Mizuno in den Minimalschuh-Bereich vor. Das ist die Chance, endlich vom Fersen zum Mittelfußlauf zu wechseln. Dieser Schuh ermöglicht dir auch dank der 0mm-Sprengung einen natürlicheren Laufstil. Und mit seinen rund 160g ist er sogar noch leichter als der Evo Cursoris. Durch die Evo Wave-Technologie entsteht eine kontrollierte, effiziente und dynamische Abrollbewegung. Die dämpfende AP Plus Zwischensohle ist ultraleicht und elastisch. Durch das leichte und grobporige Mesh-Material wirst du auch bei heißem Wetter immer gut belüftet. Und diese Verstrebungen sorgen für mehr Halt im Mittelfußbereich. Mizuno hat mit dem Wave Evo Levitas einen weiteren tollen Beitrag zum Minimalschuh-Laufen geleistet. Er bietet dir die Möglichkeit, deinen Laufstil positiv zu verändern. Und du bekommst dieses tolle Trainingsgerät natürlich in deiner Runners Point Filiale oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.